Servus Hobbywanderer Chris zur zweiten Tour im Jahr 2024 bei minus drei Grad ich bin unterwegs heute zwischen Marzling und Zolling hier im Landkreis Freising ich wünsche viel Spaß bei meinem Video ja das Wetter die letzten Wochen die letzten Tage war jetzt mehr beschissen Dauerregen seit gestern jetzt etwas Schnee es friert hier auch alles also die Wege sind nicht ganz ohne ziemlich glatt Rutschgefahr groß wie gesagt durch den ganzen Dauerregen die letzten Tage alles vorher matschig und nass und jetzt friert die ganze Scheiße also die Wege ziemlich glatt und rutschig nicht ganz so einfach zu gehen dann Untertitelung. BR 2018 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 Ja super, nichts angeschrieben vorher. Jetzt steht man da. Jetzt ein ganzes Stück zurück. Untertitelung. BR 2018 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 dann war es das für diese tour ich hoffe es hat euch spaß gemacht wieder zuzuschauen und wenn es euch gefällt einfach ein like hinterlassen und wenn euch mein kanal gefällt einfach ein abo wird mich freuen bis zum nächsten mal hobby wanderer kreis so 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 so